Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Abschlussrede anzunehmen bei Instruktörin Milva im Hial an dieser Stelle. Vor Quest war Klaassenprimus. Dann geht es jetzt in diese Richtung und wir halten uns rechts. Erst einmal, wir dürfen hier etwas benutzen und zwar hier oben, so wie in der Schule und als Chef vom Pult, Initiation Podium an dieser Stelle benutzen. Ihr seht auf der Map stimmt es nicht so ganz. Rechtsklick und dann kann ich mit den Typen quatschen, inspirieren, anstacheln und mitspielen. Ich glaube für die Quest allgemein ist es total egal was ihr drückt. Es muss nur einfach hier hoch zählen. Okay, das hat nicht gezählt. Okay, die 1 zählt anscheinend nochmal. Dann drücke ich nochmal die 1. Dreimal in Folge die 1 funktioniert bis zu 3. Das Ende ist nah, das Ende ist ein neuer Anfang. Jetzt drücke ich einfach mal mitspielen. Gut. Ja, ich weiß nicht richtig. Anstacheln. Ne, anstacheln funktioniert nicht. Jetzt anstacheln. Ah, bei Blut kann man anstacheln drücken. Das zählt dann. Okay. Was steht als nächstes da? Ich drücke mal die 1. Na, das war falsch. Ich habe keine Ahnung, was das hieß. Blizzard. Was soll das? Die, drei, tot. Okay, tot. Dann tue ich mal weiter hinterher anstacheln. Anscheinend. Na, hat nicht gezählt. Ich höre die Stimmen. Es ist anscheinend total Zufall was da wichtig ist und was falsch ist. Auf jeden Fall hat jetzt mitspielen funktioniert. Jetzt funktioniert mitspielen nicht. Dann tue ich mich wieder inspirieren. Vielleicht funktioniert es. Die langweilen sich. Gleich hole ich mein Pad raus. Halte die Klappe. Dann tue ich nochmal die 1. Ja, ich weiß nicht richtig. Ich muss nur noch zweimal richtig drücken. Okay, die 1 war diesmal falsch. Ich höre Stimmen. Dann tue ich jetzt mitspielen. Das müsste funktionieren. Ja. was war das? 1? Ne. Ich weiß nicht, was man privat wirken soll. 2 war auch falsch. Dann wirklich jetzt 2. 3. Was machen die da? Die tanzen. Ich kann mit tanzen. 3? 3 hat funktioniert. Jetzt kämpfen die gegeneinander oder was? Okay. Mh... Abtreten. Mit der 5 könnt ihr euch dann wieder bewegen. Also ihr tut abtreten. Und hierhin. Quest ist abzugeben bei Kommandant Javod Schattensang. Im Hial. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.